Die Gäste sind mit unserer Kirmes unzufrieden. Erst suchen wir Lösungen, anschließend gibt's Kuchen. Goldi, wir sollten lustige Videos drehen und Tanzmografien einstudieren. Wie beim Bodenroder Kirmeskonzept. Lothrad, wir sollten bedürfnisgerechte Events planen. Wie Disco mit Gogos. Genau wie die Bodenroder. Bodenroder. Bodenroder, ich kann dieses Wort nicht mehr hören. Bommel. Kuchen. Eine Top Kirmesfeiern statt 0815. Das Kirmeskonzept des Burschenvereins Bodenroder macht's möglich. Die Gäste der Kirmesfluras go 817. Die Gäste und die Gäste.